Gut, das ist ja nur nebensächlich heute, da wir zu Herrn Michael Brüra fahren, zum Himmelreich. Neues Hotel in Rügen. Aber ich hoffe, dass wir das in Deutsch machen. Wenn nicht, dann machen wir das auf Englisch. Aber jetzt wird das jetzt hier insgesamt die 7. Episode. Und jetzt noch kein Vlog, gleich mal nur Interview. Deswegen haben wir die GoPro gestern auch mit Friederike. Friederike, mein Englisch-Deutscher. Also sie macht dann immer so diese 3,5 Minuten Geschichten. Aber man könnte das hier in unserer Gegend machen. Heute ist ein Ausflug Rügen. Aber ich finde generell schön, aus dem Studio rauszukommen und was Neues zu probieren. Und tatsächlich Spaß haben. Aber es gibt eigentlich ganz viele in unserer Umgebung hier. Wir haben letztendlich in den Artikel, da gab es so ein Artikel wie, ich weiß nicht ob der Nordkirillier war oder sonst wie, aber der hat das bei Facebook gepostet, dass sie da hingezogen sind, weil sein Tochter letztendlich auf Stream gezogen ist. Und das war's. Und das war's. Deine Hum déjà. Danke. Bis zum nächsten Mal.